Servus Leute und Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und heute mal was außergewöhnliches. Ich war heute mal ein bisschen wieder auf YouTube unterwegs und habe ein neues Video entdeckt, was ich sehr zu Herzen genommen habe und ich möchte es euch einfach mal selber zeigen, dieses Video ist jetzt gleich direkt im Anschluss, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare wie ihr dazu steht und ja, wenn ihr mehr so Formate haben wollt, schreibt es auch auf die, ja, schreibt es auf die Kommentare Leute, genau, schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren wenn ihr neu seid und wir sehen uns dann im nächsten Video, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017